Musik 14. Dezember Der standhafte Zinnsoldat Es waren einmal 25 Zinnsoldaten, die alle Brüder waren, da man sie aus einem alten Zinnlöffel gegossen hatte. Das Gewehr hielten sie im Arm, das Gesicht nach vorne gerichtet, rot und blau, schmuck und prächtig war ihre adrette Uniform. Das allererste Wort, das sie in dieser Welt hörten, nachdem der Deckel der Schachtel abgenommen wurde, war das Wort Zinnsoldaten. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte dabei vor Wonne in die Hände, denn er hatte sie zu seinem Geburtstag bekommen. Er stellte sie nun in Schlachtordnung auf dem Tische auf. Ein Soldat glich haargenau dem anderen, und nur einer war etwas verschieden. Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden, und das Zinn reichte leider nicht mehr für ihn aus. Doch stand er auf seinem einen Bein ebenso fest wie seine anderen Kameraden auf ihren Beiden. Aber gerade er sollte noch ein denkwürdiges Schicksal erleiden. Auf dem Tisch, wo sie aufgestellt wurden, stand noch vieles andere Spielzeug. Am meisten ins Auge, aber fiel ein prächtiges Schloss, ganz aus Papier gebaut. Durch die kleinen Fenster konnte man in die Säle hineinsehen. Vor dem Schloss standen kleine Bäume, die um eine Spiegelscherbe gruppiert waren. Sie stellte einen See dar. Schwäne aus Wachs glitten über seine Oberfläche und spiegelten sich darin. Das war alles sehr niedlich, aber das niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das in der offenen Schlosstüre stand. Es war auch aus Papier ausgeschnitten, trug ein feines Seidenkleid und ein kleines, schmales, blaues Band über den Schultern. Mitten darauf saß eine glänzende Blume, so groß wie ihr ganzes Gesicht. Das kleine Mädchen streckte beide Arme hoch, denn es war eine Tänzerin, und dann hob es das eine Bein so hoch empor, dass der Zinnsoldat es gar nicht mehr sehen konnte und glaubte, dass es wie er nur ein Bein hätte. Das wäre eine Frau für mich, dachte er, aber sie ist etwas vornehm. Sie wohnt in einem Schloss und ich habe nur eine Schachtel mit vierundzwanzig anderen darin. Das ist kein Ort für sie, doch ich muss zusehen, ihre Bekanntschaft zu machen. Und dann legte er sich der Länge nach hinter eine Schnupftabakdose, die auf dem Tisch stand. Nun konnte er die kleine, feine Dame betrachten, die immer noch auf einem Bein stand, ohne umzufallen. Als es Abend wurde, kamen alle die anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Haus gingen zu Bett. Nun begann das Spielzeug zu spielen, nämlich es kommen Fremde, Krieg führen und Ball geben. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben. Der Nussknacker schoss Purzelbäume und der Griffel belustigte sich auf der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel aufwachte und anfing, in Versen mitzusprechen. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin. Sie hielt sich kerzengerade auf der Zehenspitze und hatte beide Arme ausgestreckt. Er war ebenso standhaft auf seinem einen Beine und wandte seine Augen keinen Augenblick von ihr ab. Nun schlug die Uhr zwölf und klatsch sprang der Deckel von der Schnupftabakdose. Aber da war kein Tabak drin, nein, sondern ein kleiner schwarzer Kobold. Das war ein Kunststück. Zinnsoldat, sagte der Kobold, halte deine Augen im Zaum. Und der Zinnsoldat tat, als ob er nicht hörte. Ja, warte nur bis morgen, sagte der Kobold. Als es nun morgen ward und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat ins Fenster gestellt. Und war es nun der Kobold oder der Zugwind, auf einmal flog das Fenster auf und der Soldat stürzte drei Stockwerke tief hinab. Das war ein schrecklicher Sturz. Er streckte sein Bein gerade in die Luft und blieb auf dem Tschako mit dem Bayonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken. Das Dienstmädchen und der kleine Knabe liefen sogleich hinunter, um ihn zu suchen. Aber obgleich sie beinahe auf ihn getreten wären, konnten sie ihn doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, so hätten sie ihn sicher gefunden, aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er eine Uniform trug. Nun begann es zu regnen. Die Tropfen fielen immer dichter und es wurde ein ordentlicher Platzregen daraus. Als er vorüber war, kamen zwei Straßenjungen vorbei. »See«, sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat. Der soll hinaus und segeln.« Sie machten aus Zeitungspapier ein Boot, setzten den Soldaten hinein und ließen ihn den Rinnstein hinunter segeln. Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein und welch reißender Strom war das? Das Papierboot schwankte auf und nieder und mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat erbebte. Aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah nach vorn und hielt das Gewehr im Arm. Plötzlich trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. »Wohin mag ich nun kommen?« dachte er. »Ja, ja, das ist des Kobolds schuld. Ach, säße doch das kleine Mädchen hier im Boot. Da möchte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein.« Da kam plötzlich eine große Wasserratte, die unter der Rinnsteinbrücke wohnte. »Hast du einen Pass?« fragte die Ratte. »Her mit dem Pass!« Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester. Das Boot fuhr davon und die Ratte hinterher. Hu, wie fletschte sie die Zähne, als sie den Holzspänen und dem Stroh zurief. »Haltet ihn auf! Haltet ihn auf! Er hat keinen Zoll bezahlt! Er hat den Pass nicht vorgezeigt!« Aber die Strömung wurde stärker und stärker und der Zinnsoldat konnte da, wo das Brett aufhörte, schon den hellen Tag erblicken. Aber er hörte zugleich auch einen brausenden Ton, der auch einen tapferen Mann erschrecken konnte. Denkt nur, der Rinnstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade in einen großen Kanal hinab. Nun war er schon so nah dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus, der arme Zinnsoldat hielt sich so gut er konnte aufrecht. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er auch nur mit den Augen gezwinkert hätte. Das Boot drehte sich drei-, viermal herum und füllte sich dabei bis zum Rand mit Wasser. Es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Hals im Wasser und tiefer und tiefer sank das Boot. Mehr und mehr löste das Papier sich auf und nun ging das Wasser schon über des Soldatenkopf. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte und es klang vor des Zinnsoldatenohr, »Fahre, fahre, Kriegersmann, den Tod musst du erleiden.« Nun ging das Papier entzwei und der Zinnsoldat stürzte hinab, wurde aber im selben Augenblick von einem großen Fisch verschlungen. Wie war es dunkel darin. Da war es noch schlimmer als unter der Rinnsteinbrücke und dann war es sehr eng. Aber der Zinnsoldat blieb standhaft und lag, solange er war, mit dem Gewehr im Arm. Der Fisch schwamm umher. Er machte die allerschrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde es ganz still. Es durchfuhr ihn wie ein Blitzstrahl und das Licht schien ganz hell. Dann rief jemand laut, »Der Zinnsoldat!« Der Fisch war gefangen, auf den Markt gebracht, verkauft worden und in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahm mit zwei Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Bauch eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und da, wie seltsam kann es in der Welt zugehen, der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tisch. Das herrliche Schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin, die sich noch immer auf einem Bein hielt und das andere hoch in die Luft streckte. Sie war auch standhaft und das rührte den Zinnsoldaten. Er war nah daran, Zinn zu weinen, aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagte gar nichts. Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen hinein, obwohl er gar keinen Grund dafür hatte. Es war aber sicher der Kobold in der Dose, der Schuld daran war. Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die entsetzlich war, aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe her rührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen, ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kummer darin schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an und er fühlte, dass er schmolz. Aber noch immer stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging eine Tür auf, der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog einem Luftgeist gleich gerade in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war sofort verschwunden. Da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen und als das Mädchen am folgenden Tage die Asche herausnahm, fand sie ihn als kleines Zinnherz. Von der Tänzerin hingegen war nur der Stern noch da und der war kohlschwarz gebrannt.